Die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten soll im Jahr 2022 auf 46.060 Euro steigen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Die Bild-Zeitung berichtet aktuell am 15.11.2021, es brechen goldene Zeiten für die Senioren an. Nicht nur, dass die Renten üppig steigen sollen, es soll wohl auch so sein, dass die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf 46.060 Euro im Jahr 2022 steigen soll. Das heißt also, es soll genau die gleiche Hinzuverdienstgrenze, wie sie im Jahr 2021 gilt, auch für das Jahr 2022 bei vorgezogenen Altersrenten gelten. Das heißt, wer eine vorgezogene Altersrente bezieht im Jahr 2022, kann ab Rentenbeginn anrechnungsfrei auf diese Altersrente in der Jahresbetrachtung 46.060 Euro dazu verdienen. Wenn das wirklich so kommt, was die Bild-Zeitung vorhersagt, wäre das natürlich eine Megasache für unsere Rentnerinnen und Rentner. Sobald wir die Rentenberater von RentenBescheid24.de offizielles erfahren, werden wir Sie natürlich aktuell informieren. Näheres zum Thema Hinzuverdienstgrenze und Anrechnung auf die Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen meine